Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über das Garmin InReach Mini. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich euch ein wenig mehr über das Gerät erzähle. Normalerweise baumelt es bei mir an meinem Rucksack rum. Von daher mache ich jetzt mal den Karabiner ab, damit es nicht so klappert, während ich euch hier was erzähle. Das Gerät ist nicht wirklich größer als eine Zigarettenschachtel. Ich würde mal sagen, es hat die Größe von einer Bigbox-Zigarettenschachtel. Ist aber auch nicht wesentlich schwerer. Hat insgesamt 5-6 Tasten. Eine zum An- und Ausmachen zur Navigation. OK drücken, also Enter und wieder zurück. Und hier ist noch der SOS-Notrufknopf, aber dazu später. Kurz etwas zu der Verbindung bzw. zu den Verbindungsmöglichkeiten. Ihr könnt das Ganze über Bluetooth mit eurem Smartphone verbinden. Darüber die SMS-Nachrichten empfangen, also lesen, beantworten, verschicken, Wetterdaten abrufen, Wegpunkte synchronisieren, Kontakte synchronisieren und und und. Das Ganze geht auch oder zumindest ein Teil der Funktion über das Garmin 66 ST, wenn man sich darüber verbindet über ANT Plus oder mit dem Garmin Overlander Navi oder einem anderen Hand-GPS-Gerät, was dafür kompatibel genug ist. Um das ganze System zu nutzen, benötigt ihr ein Abo. Ansonsten funktioniert nicht alles mit diesem Gerät. Mit dem Abo könnt ihr Tracking-Links schicken zu der Garmin Webseite und den Link dann weiter verschicken an eure Freundinnen, sodass sie halt immer gucken können, wo ihr seid und natürlich um die SMS-Nachrichten zu verschicken. Es gibt drei unterschiedliche Abo-Typen, die sich dann nochmal unterscheiden in Jahresabo und Monatsabo. Ich habe ein Monatsabo, was man jederzeit pausieren kann, sodass, wenn man es nicht braucht, auch keine Kosten anfallen. Daher habe ich das für dieses Video jetzt auch nicht aktiviert. Daher kann ich euch jetzt auch kein SMS-Versand zeigen. Ich habe mich aber grundlegend für das mittlere Abo entschieden. Es sind, glaube ich, 34 Euro oder 39 Euro im Monat, wenn man es benötigt. Und da habe ich 40 SMS-Nachrichten frei und kann im 10-Minuten-Intervall einen Tracking-Link schicken. Neben dem Datum, dem Wochentag und der Uhrzeit werden euch natürlich auch andere Dinge angezeigt. Ihr könnt zum einen natürlich, und das ist mit einer der interessantesten Funktionen auch irgendwo, die Nachrichten empfangen und euch anzeigen lassen, auch beantworten. Selbstverständlich vordefinierte Texte verschicken, Positionen mit verschicken und, und, und. Allerdings, wenn ihr hierüber Nachrichten schreibt, dann könnt ihr nur die Kontakte auswählen, die ihr zuvor mit der Smartphone-App synchronisiert habt und vorher im System auf der Webseite von Garmin eingetragen habt. Wenn ihr über Bluetooth, über die Telefon-App die Nachrichten schreibt, dann könnt ihr auch ganz normal die Kontakte aus eurem Telefonbuch aussuchen und sofern diese Telefonnummer mit Plus 49 beginnen oder halt mit der entsprechenden Landesvorwahl, dann könnt ihr auch diese verwenden sozusagen. Aber wie gesagt, auf dem Gerät oder selbst wenn ihr das über ein Hand-GPS-Gerät tut, geht es immer nur mit den vorher synchronisierten Kontakten. Ihr könnt, also eigentlich kann man auch so die Nummer eingeben, habe ich aber bis jetzt noch nicht erfolgreich hingekriegt. Also es empfiehlt sich tatsächlich, die Kontakte, die man am meisten benutzt, vorher zu synchronisieren und einzupflegen sozusagen ins System. Okay, den E-Mail-Abruf, ja den braucht man nicht wirklich. Er sagt euch im Endeffekt, wann das letzte Mal das Gerät nach einer SMS-Nachricht geguckt hat oder an sich einen Abruf gemacht hat. Die Funktion ist eigentlich dafür da, wenn man von einem InReach zum anderen InReach-System eine E-Mail verschicken möchte, also untereinander kommunizieren möchte. Dafür ist diese Funktion eigentlich gedacht. Man kann jetzt nicht einfach in seinem E-Mail-Programm eine E-Mail schreiben und diese an dieses Gerät schicken. Das funktioniert nicht. Sollte sich das natürlich in letzter Zeit geändert haben, dann bitte ich um Entschuldigung und Nachsicht. Ist mir aber bisher noch nicht bekannt. Ihr könnt auch hierüber das Tracking ganz normal starten, gar kein Problem. Ihr könnt auch die Zeit einstellen, in welchem Intervall er das machen soll und derartiges. Das ist, denke ich, relativ einfach. Einfach auf OK klicken und dann startet das Ganze. Ihr könnt euch die Position anzeigen lassen und die Höhe, in der ihr euch befindet. Ihr könnt natürlich in den Einstellungen auch angeben, in welchem Format das angezeigt werden soll. Auch gar kein Problem. Ihr könnt es auch als reines Navigationsgerät benutzen. Auch das ist möglich. Ihr könnt natürlich die Werte hier unten auch alles ändern und euch andere Sachen anzeigen lassen. Gar kein Problem. Ihr könnt euch einen Wegpunkt aussuchen und der erscheint dann hier auf dieser Skala. und dann sagt er euch sozusagen, in welche Richtung ihr laufen müsst. Zeigt euch auch an, wo Norn ist, sodass ihr dann damit eine Punkt-zu-Punkt-Navigation machen könnt. Man kann auch eine Route aktivieren und dann sagt er euch sozusagen, wo lang die Route geht. Ob ihr dann mehr nach rechts, mehr nach links laufen müsst. Ich finde aber tatsächlich die Punkt-zu-Punkt-Navigation dann doch wesentlich. Also einfach Luftlinien-Routing einfach am effektivsten sozusagen. Oder wenn ich es unbedingt benutzen muss, dann tatsächlich ganz einfach und wähle einfach einen Punkt aus, wo ich hin will. Also von den Wegpunkten, die ich vorher natürlich synchronisiert habe. Auch das kann man auf der Garmin-Webseite in den Einstellungen festlegen, welche Sachen synchronisiert werden sollen. Aber das ist dann, denke ich, ein eigenständiges Thema. Und die meisten von euch, die schon Garmin benutzen, wissen, wie die Webseite mittlerweile funktioniert. Ganz klar, Bluetooth, da sagt er euch, dass er halt entsprechend verbunden ist und überhaupt können auch Einstellungen gemacht werden. Ihr könnt darüber auch Wetterdaten abrufen und diese auch anzeigen lassen. Es gibt einmal die normalen Wetterdaten und Premium-Wetterdaten, die dann für mehrere Tage sind. Mit Luftdruck, mit Windgeschwindigkeit, mit Luftfeuchtigkeit, Niederschlagswahrscheinlichkeit und und und. Das Coole ist, ihr könnt auch einen Wegpunkt aussuchen und könnt euch von diesem Wegpunkt die Wetterdaten rufen lassen. Das ist insofern ganz praktisch, wenn ihr vorhabt, irgendwie wandern zu gehen und ihr habt euch schon irgendwo einen Wegpunkt gesetzt in den Bergen, dann könnt ihr euch schon mal ein paar Tage vorher in 400 Kilometern Entfernung das Wetter abrufen sozusagen. Wie wird es an dem Tag dort? Von daher eine ganz coole Funktion. Einfache Wetterdaten kosten 50 Cent. Die Premium-Wetterdaten kosten zwei Nachrichten, also sprich 1 Euro. Dann kehrt man wieder zurück. Wie gesagt, es gibt sechs Tasten. Die sechste Taste verbirgt sich unter diesem SOS-Knopf. Das ist auch sehr robust. Man kann da nicht einfach draufdrücken, egal wie viel Gewalt man anwendet. Man muss diese auch einen Augenblick festhalten, um sie zu benutzen. Und dann wird automatisch eine zentrale Notrufstelle kontaktiert, die auch die Positionsdaten automatisch mitgeteilt kriegt und diese dann auch immer im bestimmten Intervall. Und verständigt dann die nächstgelegene Behörde bzw. Rettungsdienstorganisation in dem jeweiligen Land, wo man ist, die dann auch entsprechend Hilfe schickt. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob dieser Service auf Deutsch ist oder auf Englisch. Ich gehe aber davon aus, dass es sich um etwas Internationales handelt, dass wenn man auf Deutsch schreibt, man dann an den entsprechenden Mitarbeiter geleitet wird, der dann auch in Deutsch antworten tut. Man muss aber nicht antworten. Sobald man gedrückt hat, kommt auf jeden Fall Hilfe. Es kann ja auch sein, dass man nicht mehr schreiben kann, aber sie versuchen natürlich irgendwo Kontakt aufzunehmen und zu ermitteln schon mal, was ist das Problem. Es kann ja auch sein, dass man einfach runtergefallen ist, sich das Bein gebrochen hat oder so und dann wissen die, alles klar, da müssen wir einen Helikopter schicken oder so was. Was nicht funktioniert ist, wenn man mit dem Auto liegen geblieben ist. Da sagen die, schönen Dank, noch einen schönen Tag, ruf den ADAC an. Sozusagen, da können wir dir nicht weiterhelfen. Ja, also es ist wirklich nur für Notfälle, wo wirklich eine körperliche Beeinträchtigung ist, so sage ich jetzt mal. Und was auch nicht funktioniert, wo der Service auch nicht greift, ist, wenn man das für jemanden ruft. Also es ist immer personengebunden. Der, der es angemeldet hat, für den ist auch dieser Service. Ja, also ich kann jetzt nicht, weil meine Freundin sich jetzt verletzt und nicht mehr laufen kann, kann ich diesen Service eigentlich nicht mehr nutzen beziehungsweise die Wohnhilfe schicken. Aber dann muss ich die Kosten selber bezahlen. Ja, da ist auch noch eine Versicherung mit dabei in diesem ganzen Service-Paket oder in diesem Abo-Paket, die dann die Kosten übernehmen. Aber halt nur für die Person selbst, nicht für jemand anderes. Wer keine Lust hat auf zwei Geräte, der kann sich auch das Garmin 66i unter anderem holen und hat dann all diese Funktionen auch in einem Gerät, sodass man nicht mehr zwei Geräte hat. Im Grunde mag ich dieses kleine Gerät. Es ist soweit spritzwassergeschützt und macht alles mit, ist super robust. Aber es wäre doch schön, alles in einem zu haben. Ich zeige euch noch kurz die Smartphone-App, so ein bisschen. Das ist diese hier. Da kann man hier unten die Leiste individuell konfigurieren. Man kann hier die synchronisierten Wegpunkte sich anzeigen, die Nachrichten kann man sich anzeigen, kann direkt antworten, wie quasi in jedem anderen Chat auch. Kann das Tracking starten und beenden, sich verschiedenste andere alte Tracking-Routen anzeigen lassen, kann die Wetterdaten hier abrufen und anzeigen lassen, kann die Premium-Wetterdaten abrufen, hat hier noch einen Kompass mit drin, kann das Protokollintervall verändern oder auch den Tracking-Intervall, kann das Gerät synchronisieren, kann neue Nachrichten abrufen manuell oder hat halt hier auch Zugriff auf die synchronisierten Kontakte. In diesem Sinne sage ich Danke fürs Videoschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder sonstige Kritiken oder Anregungen, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß und bedanke mich nochmals fürs Videokucken. Bis demnächst. Ich würde mich freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen.